um die zählen mit der politik eine lasse ich stehen weil ich glaub die vermehren sich wie das klingt hinter mir rennen wir mal ein bisschen ja komm mit zufällig hatte ich den knochen da gerade in der hand ich habe einen hundi hallo wo sind wir denn hier eigentlich das ist doch gar nicht so weit von meinem haus entfernt und die und die irgendwie geil das wasser ist so schön das wasser ist so schön blau da der die die küste da alter wo ist es ich weiß gar nicht wo ich bin da wartet eine ich bin doch gar nicht so weit von zu hause weg bin ja sozusagen direkt vorbeigelaufen alter überall diese creeper was denn das ach da war ein strich irgendein bug hallo ich bin der hund und ich beschütze jetzt diesen herren zuckerrohr zuckerrohr brauche ich nicht habe ich schon wozu hölle sind wir eigentlich da ist eigentlich hier könnte ich die arena bauen ich habe nach so einem platz eigentlich gesucht da hatte ich die alte arena ja auch auf so offenem meer es sah zwar in der alten version dunkler aus weil ich dann kein textepeck hatte da war das meer anders hey das da kommt glaube ich unser berg kann das sein was ist das also wüste ja dann ist es ja so direkt dazwischen dazwischen ich sollte mal mir eine karte machen oder mehrere karten habe ich ja glaube ich auch schon mal gesagt weil allein diese umgebung hier ist doch so hammergeil die würde ich gern auf der karte haben ich habe zwar die mini map wenn ich die die mod wieder rein machen würde nur da verschwinden ständig die punkte huch achso schon geil ich hasse zwar dieses süß äh sumpfding aber der berg das ist ja unser berg hoffe ich mal der ist cool und das wasser hier ist auch geil ich habe was im auge und ich tue jetzt gerade die ganze zeit in meinem auge rumfummeln hier what the fuck okay na du ich will hier wieder raus wo oh 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 nein 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 aber hey ich komme raus ich dachte da ist ne Höhle oder so weil da so ein Wings war hier hätte wir sein können weiß man ja nicht Hallo Höhlen kann ich mir den Hund geben ansonsten ansonsten hat man ja glaube ich gar keine Verwendung für das Gehirn oder für irgendwelche Tränke braucht man es nicht das könnte man auch mal machen das ist ein Wiederbelebung ne wiederbelebungstrank so wie Frankenstein weißt da wir sind bei uns im Haus wir sind nur wow 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 in der Richtung gewesen hier okay jetzt weiß ich es mal okay dann können wir hier eigentlich gleich theoretisch weiter gehen weil da ist ne Höhle das weiß ich nämlich noch von Anfang an dass es da hier Höhlen gibt noch und ich weiß nicht nein anscheinend waren wir glaube ich noch nicht drin da können wir jetzt nämlich auch mal reingehen in der Hoffnung dass wir da Redstone sehen weil ich will mein Redstone haben na du alter Baum sich erkennt man ja von Weiten so Hundi wo bist denn wow wow da bist du ja komm rein ja komm rein los das wird dann wahrscheinlich wieder Probleme geben mit Dings wenn ich mit dem Dennis oder Hippo zusammenzockt dass die Hunde anfangen wieder rum zum Knurren und sonstiges so schieb man dich da mal ins Eck ist was zum Essen ach ne kein Brot nein wo haben wir es denn da Rottenflash ja jetzt freut er sich ich brauche noch einen zweiten dann können wir eine ganze Hundearmee hier züchten ok wupsala ich wollte eigentlich was essen so dann hauen wir mal nämlich das Zeug wo wir jetzt schon haben hauen wir mal runter und in unserem Zeug hier nein das ist falsch hier genau da das Zeug alles da rein war jetzt nicht so sonderlich viel aber immerhin das kommt da rein und das kommt doch da kommen die Pilze rein und der Baum nein der kommt da nicht rein das kommt hier also tun wir mal einfach da rein nein nein das da nicht und das schon ja Sand 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 haben wir doch hier oder? ja genau und dann noch das und dann äh hier noch ein bisschen Stein dann nehmen wir mal was mit dafür tun wir die Erde da weg so dann gehen wir gleich mal in die nächste Höhle aber Hundi bleibt hier ne nicht dass der mehr drauf geht ich habe ja noch keinen anderen diese dieser Abgang hier finde ich immer noch so geil und hier muss ich echt mal was machen hier hier zumachen oder so weil das schaut beschissen aus naja gehen wir mal hier rein rrrr rechts oder links gehen wir mal rechts da schaut es irgendwie größenwahnsinnig aus aua oh oh hallo wo wo sind der Kerl? na da hallo hallo gehen wir ja schon mal da runter das ist glaube ich ne Sackgasse naja was sage ich irgendwie wo er soll ich das wissen ha Sackgasse naja im Endeffekt irgendein das ist jede Höhle für den Möbeln in den Sackgasse naja so 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 was so 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 Alter, die kommen immer so aus dem Nichts. Ich glaube, ich hole mir mal so ne, ich weiß nicht, so ein Texture-Pack mit ner, mit ner, ja, wo man Dings hier, wo man auch den Ton und so ändern kann. Wie nennt man sowas, so ne? Eigentlich so Mod gibt's da doch, wo man den Sound ändern kann, weil dann würde ich, nämlich, den Creepern eventuell, nen Slender Texture-Pack geben und dann, äh, wenn die erscheinen, macht das halt so diesen typischen Slender-Sound. Das wär auch ganz geil, weil der kommt immer aus dem Nichts, steht einfach so hinter mir, die kommen gar nicht hergelaufen, die porten sich irgendwie. Der wird 10 mittlerweile, alter. Das geht ja grad ab wie Schnitzel. Schnitzel mal Nitzel. Alter! Boah, brab! Ihr wollt's mich doch verarschen! So, wo ist der letzte? Da war noch einer. Ah! Alter! Verwalter, was geht eigentlich grad ab? Noch einer! Was freut er sich so? So, da war ich jetzt zu blöd. Okay. Scheiße, ich hab nicht mehr so viel Zeug, aber ich hoffe mal, dass wir hier nicht so tief reinkommen. Notfalls mach ich mir einen Ofen. Ah! Noch einer! Das ist doch teilweise jetzt übertrieben und der hat nicht einmal Ton gemacht. Das, das weiß ich, dass die ab und zu explodieren, ohne ihren Ton zu machen. Der hat grad nämlich blinkt, ohne irgendeinen Ton von sich zu geben. Was normalerweise nicht so ist. Aber hey, wir schlagen uns einigermaßen gut. So, mal kurz nochmal abgehustet hier. Vorhin habe ich's auch ohne Mikrofon gemacht, aber muss jetzt nicht sein. Finde ich eh komisch, dass ich jetzt irgendwie krank bin. Alter, Hänger. Dass ich krank bin, obwohl es grad in letzter Zeit so dermaßen warm draußen ist. Und dann auf einmal kommt kurzzeitig Schnee, ganz kurz, bloß ein Tag war Schnee irgendwo und dann bin ich krank. So dermaßen unlogisch. Alter, was hängt das eigentlich hier grad? Ich weiß noch nicht, warum ich hier grad jetzt Kies hole, aber... ...und ich find's verblüffend, es hat noch keiner angerufen und mich hier unterbrochen. Aber am besten sag ich nichts, was uns passiert. So, haben wir hier die Kohle mal. Dann schauen wir mal hier lang. Das ist eh, glaub ich, wieder mal... ...dead end. Moment. Nein, doch nicht. Das führt hier zurück. Hallo. Oh. Da geht's auch noch wohl lang. Da ist Blaulicht, also Mondlicht meine ich. Blaulicht. Rotlicht. Ja, also ne. Ah, okay. Jetzt wissen wir schon mal. Jetzt wissen wir, dass wir da waren, hier. Hahaha. Das war grad nicht schlau. Oh, ich hab unter mir weggemacht und ich wusste ja nicht, ob da Lava zufällig ist, aber... ...normalerweise müsste man hier, glaub ich, hören. Ui, Level 15. Gefällt mir sehr und ich bin grad kurz vorm Niesen, das gefällt mir weniger. Gott, ich hasse es während der Aufnahme rum zum Husten, zum Nischen, ähm... ...aber ich nehm auch nur trotzdem hier auf. Die Logik versteht, glaub ich, auch kein Mensch, weil ich selber nicht verstehe. Aber hey! Aufnahmen! Hä. Hä. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Da sind wir grad herkommen, glaub ich. Ja, ja, ja. Da geht's nämlich noch hier runter. Aua. Oh. Wow. Sackgasse, sackgasse, sackgasse. Ja, ja, ja. Nein. Doch. Nein. What the fuck? Wo geht's hier eigentlich hin? Oh Gott, wir werden hier nie wieder rauskommen. Oh, was sag ich? Ich hab nix gesagt. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ah. Das Höhending ist hier echt verzweigt, aber äh, bisher seh' ich nur Kohle und Eisen, nicht einmal Gold oder Lapis oder... äh, d-d-d-d... Ich hätte gerne meinen Redstone. Das wollte ich hier gerade Kabel hinbauen, aber hat das Brot ausquält gehabt. Genius. So viel Kohle brauchen wir doch. Doch, wir brauchen, wollte gerade sagen, brauchen wir gar nicht, haben wir genug. Aber ich glaube, soweit ich weiß, haben wir einen Kohlemangel. Und wir haben bald einen Pickaxe-Mangel. Wahrscheinlich, wenn ich Dings finde, Redstone, habe ich keine Pickaxe mehr. Dieses Ding ist gerade, ich sage ja Luther, Pickaxe und so, derweil heißt ja Spitzsacke. Okay. Hm, hallo. Du mit deinen leuchtenden Augen. Wir haben keine Fackeln mehr. Und ich habe kein Holz dabei. Tja, dann machen wir hier mal... Dieses... Gehen wir mal kurz herüber. Also nach Hause, meine ich, und holen ein bisschen Holzstöcke damit mal. Oder beziehungsweise machen wir da mal Fackeln. Hallo. Hi. Warum bin ich eigentlich immer nachts unterwegs? Warum laufe ich hier hoch? Warum stelle ich Leute dumme Fragen? Und warum war ich da noch nicht drin? So, jetzt können wir hier das dann mal zumachen. Na, ma, tu du. Hihi. Okay. Tu mal hier mal eins sortieren, wenn ich nicht zu blöd dafür wäre. Holz, 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 Holz. So, dann haben wir hier mal Boom. Oha. Das war ein bisschen viel. Egal, wir brauchen eh permanent welche, also... Scheiß, ist doch der Hund drauf. Hm, dann tun wir hier mal das einzelne Holzding wieder rein und... Alter, ich bin hier gerade am rumtun hier. Ich glaube, ich muss die Aufnahme jetzt... glaube ich hier bald beenden. So, nehmen wir mal das noch mit und dann... tun wir die dann noch weg. Zu viele brauche ich nicht. Ich gehe aber jetzt noch ein bisschen in die Höhlen und dann komme ich danach wieder und dann beenden wir die Aufnahme. Ich hätte mir noch ein paar Sachen machen können. Fast learning you are oder so. Haben wir hier? Ja, haben wir. Dann machen wir hier mal so und dann so und dann so, äh... Ja, weißt du nicht, was ich gerade hier mache, aber... Irgendeine wird schon verstehen. So, machen wir hier ein paar Stück hier und dann hauen wir das da rein und dann machen wir hier mal, äh... Ähm... Ist doch angenehm mit so einer Stimme zu reden. Hehehehe. Nein. So, nehmen wir hier noch die Stücke und dann tun wir mal wieder rein. Und dann... tun wir mal den hier machen und sortieren hier so und dann gehen wir hoch und so und dann gehen wir in die Höhlen und so und so und so und so und so. Und dann machen wir mal wieder counselors auf den download... Das ist ein paar Besten. Und dann machen wir das jetzt mal aus. Und dann machen wir... Und dann kommen wir unter mir sociedade. Und dann machen wir zum Beispiel ein Fehler.